was geht ab pyros heute gibt es für euch das ragbag von veco habe ich dieses jahr bzw letztes jahr beim norma gekauft für 12,99 euro und ja zehn teile mit zwei single shots und ein paar von themen wir machen es mal auf wir starten einfach mal mit der cracks 2 shot tube würde ich sagen jetzt ab geht es sind schnell weg brenner nehmen cracks 2 shot tube sehr schöner fischeffekt geil weiter geht's mit dem crackle 1 shot tube cracks 2 hat mir gefallen crackle 1 oha sehr nice mit einem zerleger habe ich jetzt nicht gerechnet muss ich ehrlich sein so weiter geht's mit der crazy 1 fontaine ab geht's ganz niedlich würde ich sagen so weiter geht's werden wir jetzt hier aus zwei single shots machen wir am schluss hallo jawohl hier bleiben mein lieber so weiter geht's würde ich sagen mit der fanny von tina 1 fanny von tina 1 auch hier einmal weiter geht's mit der fanny von tine 2 war niedlich weiter geht's mit schickleit von tine wo ist denn hier die zinschnur, mein lieber magic light von tine hat mir gefallen, muss ich ehrlich sein so was haben wir hier noch, die funky fontaine und die light headdard fontaine 2 wir machen weiter mit der funky fontaine funky fontaine ok ok ganz niedlich so weiter geht's mit der light headdard von tine 2 also bisher hat mir das sortiment wirklich nicht so schlecht gefallen ich habe mir nicht gedacht dass die crackle 1 ein zerleger hat der war wirklich sehr ordentlich aber dafür die crackle 2 shot tube hatte keiner komisch light headdard die crackle 2 So, als Abschluss vom Sortiment gibt es noch zwei Single Shots. Die Miracle 1 müsste es sein. Miracle Shot 1 und Miracle Single Shot 2. Hier sieht man es. Miracle Single Shot 2. Miracle Single Shot 1, ja. Ab geht's, wir starten mit dem 1er. Miracle Single Shot 1. Sehr geil, top. Als Abschluss den Miracle Single Shot 2. Mit dem Abschluss Crack Ring. Sehr geil. Das Sortiment hat mir wirklich sehr gefallen. Muss ich ehrlich sein. Bunte Mischung, dies, das, Single Shots, alles dabei. Kann man sich mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und haut rein. Und ciao. Übrigens, mir ist jetzt erst aufgefallen, wie ich das Sortiment zusammenräumen wollte. Das hinten in der Beschreibung gab. Äh, ja. Gut. Das war es dann wieder mal Pyro 4 HD in Action. Also, da sieht man es einigermaßen. Wo es Single Shot mit Crack Ring sowie Roten Sterne und Fischen in Silber. Dann hier im Bokeh, also drei Single Shots sind es. Ein paar Fontänen. Und ja. Sorry nochmal. Tschüss. 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 Vielen Dank.